Naja, man tut ja automatisch auch was Sportliches, das macht ja auch Spaß, aber ja, fünf Wochen sind schnell vorbei. Also ist jetzt nicht so, dass man sich fünf Wochen auf eine einsame Insel legt und den ganzen Tag nicht weiß, was man tun soll, sondern es muss auch da Rasen gemäht werden zu Hause und so weiter und so fort. Und dementsprechend war der Urlaub schnell vorbei und jetzt geht es wieder los und jetzt hat man wieder Spaß mit dem Ball am Fuß. Die Saison, ja, wie vor jeder Saison das Maximale rausholen, gut spielen, Spaß haben und am Ende hoffentlich erfolgreich sein. Ja gut, wenn man alle Spieler, die so in den News und Newstickern Jahr für Jahr kaufen würde, dann würde es glaube ich so ausschauen, dass wir auf jeden Fall 50 oder mehr Spieler hätten und dementsprechend, ja, man kriegt es mit. Aber manchmal wirkt schon etwas verkrampft, wie die Nachrichten da ausgeschlachtet werden. Aber das sind wieder andere Geschichten. Wen wünschen Sie sich denn? Wie? Als Spieler. Alexis Sanchez, sage ich jetzt mal so. Das ist ja kein Wunschkonzert, das Leben, oder? Ich bin nicht für die Transfers zuständig. Aber guter Versuch, Uli. Guter Versuch. Es ist einfach eine überragende Situation. Erstens mal für den deutschen Fußball und zweitens für den Bundestrainer. Ja, dass wir auf so viele wirklich überdurchschnittlich gute Spieler zurückgreifen können. Und dementsprechend tut das immer gut. Und es sind alles gute Jungs, wenn man sieht, wie die sich zusammengefunden haben da in der kurzen Zeit. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Natürlich hat es auch ein bisschen gekitzelt. Man hätte dann doch vor allem so Halbfinale und Finale auch gern mitgespielt. Aber nein, ich habe schon mitgefiebert. Vor allem die letzte Viertelstunde gegen Chile war schon packend. Und dementsprechend freue ich mich jetzt, wenn es wieder Richtung WM-Quali geht. Und dann werden wir sehen, was passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.